Hi, ich bin's wieder, Chris und danke erstmal für dein Abo, Mindset Benny. Cool, dass du dabei bist. Ja, und bevor wir bei Funnel Cockpit E-Mail-Marketing machen können, müssen wir erstmal ein E-Mail-Konto anlegen. Ja, ich verlinke euch Funnel Cockpit auch wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, hier können wir das Ganze machen bei Funnel Cockpit, indem wir auf Einstellungen gehen und dann auf E-Mail-Konten. Und hier können wir jetzt eben unser E-Mail-Konto hinzufügen, mit dem wir dann die Mails an unsere Leads, an unsere E-Mail-Liste eben raussenden und unsere Empfehlungen eben. Ja, können wir hier ein E-Mail-Konto erstellen, also hinzufügen. Ich gehe jetzt mal hier in Mainz rein. Ja, und ich habe das Ganze mit meiner Domain-E-Mail-Adresse gemacht, weil ich das am einfachsten und am besten finde. Und da habe ich ja meine Domain bei SiteGround. Ja, warum ich bei SiteGround bin, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch mal beim i. Und SiteGround an sich findet ihr auch einen Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, und hier, wenn wir unsere Domain hier haben und in unserem SiteGround-Account drin sind, könnt ihr einfach auf Websites gehen. Dann hier unsere Domain eben auswählen. Dann hier auf SiteTools. Und jetzt einmal hier auf E-Mail-Accounts. Ja, hier kann man jetzt so einen E-Mail-Account anlegen. Ganz einfach hier direkt. Ja, wie man das macht, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch auch beim i. Und hier unten sehen wir dann eben unsere E-Mail-Accounts. So, jetzt müssen wir bei Funnel Cockpit hier als Anbieter meist eben, wie bei mir auch hier, SMTP einstellen. Dann unseren Absendernamen aussuchen. Das ist dann der Name, der auch bei, ja, unseren Kontakten, die unsere Mails bekommen, dann im E-Mail-Postfach steht, dass sie halt wissen, sie haben die E-Mail von uns bekommen. Und dann noch die Absender-E-Mail-Adresse. Ja, halt die, in dem Fall unsere Domain-E-Mail-Adresse. Ja, dann hier müssen wir jetzt, damit das Ganze klappt, unsere SMTP-Daten hinterlegen. Einmal hier den Server. Den finden wir hier bei SiteGround. Und hier auch, hier steht es. Das ist dieser hier. Den habe ich da einmal reinkopiert. Ja, dann der Port ist hier meist dieser 587er. Ja, falls es bei euch nicht gehen sollte, könnt ihr dann auch bei eurem Domain-Hoster hier bei den E-Mail-Accounts eben gucken, was da vorgeschlagen wird. Aber ansonsten erstmal mit 587 hier probieren, wie es empfohlen wird im Funnel Cockpit. Bei mir klappt das so. Ja, als Benutzernamen. Dann eben unsere Domain-E-Mail-Adresse im Normalfall. Das ist dann hier der Account-Name, so wie es hier auch steht, von unserem E-Mail-Account, den wir für unsere Domain erstellt haben. Und dann eben noch unser Passwort. Das ist einfach das Passwort von dem E-Mail-Account. Also wenn wir uns hier in den E-Mail-Account von unserer Domain eben einloggen. Bei SiteGround geht das so hier. Über Webmail. Da müssen wir ja am Anfang einmal ein Passwort festlegen. Und mit dem Passwort loggen wir uns ja dann auch immer ein. Und genau dieses Passwort, mit dem wir uns in dem Webmail unserer Domain-E-Mail-Adresse normalerweise anmelden, das geben wir dann eben hier ein. Damit das auch funktioniert. Ja, Sende-Limit ist optional. Kann man einfach leer lassen. Ja, und dann ist es das Ganze auch schon. Dann kann man hier zum Schluss das natürlich speichern. Und dann hier nochmal die Daten überprüfen. Und dann kriegt ihr eine Mail, wenn das alles geklappt hat, eine Bestätigung hier unten, dass es funktioniert in grün. Und kriegt dann meist auch nochmal eine SMTP-Test-Mail an eure E-Mail-Adresse geschickt. Und das, die euch dann auch nochmal zeigt, dass es funktioniert hat. Und ja, kriegt ihr dann meist an die E-Mail-Adresse geschickt, die ihr bei Funnel Cockpit in eurem Profil hier hinterlegt habt. Genau, und so einfach geht es hier auch schon. Ja, man kann natürlich jetzt auch noch, wenn man ein größeres Aufkommen hat, hier unten steht es auch, also wirklich, wenn man sehr viele E-Mail-Kontakte hat und auch viele Mails verschickt und so, dann kann man das ja natürlich hier auch über Mailgun zum Beispiel machen. Aber so lange wie möglich, wie es geht, mache ich das hier eben noch über meine eigene Domain-E-Mail-Adresse, weil das eben sehr schön ist und sehr einfach geht. Ansonsten, wie man es mit Mailgun macht, dazu gibt es auch ein Tutorial auf meinem Kanal, verlinke ich euch auch beim i. Und ja, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentarrunden rein, wie ihr das mit eurem E-Mail-Konto macht fürs E-Mail-Marketing. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen und Tipps dazu habt, gerne rein damit, können wir uns noch ein bisschen austauschen. Und ja, wenn ihr mehr E-Mail-Marketing-Tipps und Tricks haben wollt, dann schaut auch gerne in unsere E-Mail-Marketing-Affiliate-Playlist hier bei YouTube rein, verlinke ich euch beim i und in der Videobeschreibung. Da findet ihr mehr solche Videos, zum Beispiel als letztes auch, wie man eben das E-Mail-Konto mit Mailgun und Funnel-Cockpit dann auch verbindet. Und wenn ihr mit E-Mail-Marketing, ja, euren CLV-Öffnungs- und Klickraten explodieren lassen wollt und noch mehr Provision einnehmen wollt, das Ganze auch automatisiert, dann schaut in unsere 5 E-Mail-Mods rein. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung und beim i. Und da bekommt ihr dann hier noch einige Boni dazu und schaltet dann hier auch unsere 4D-Trainingslager frei, wo ich uns dokumentiert habe, was mir von 0 auf bis zu 226 Euro Provision am Tag geholfen hat. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris. Ciao, euer Chris.